Ja, ganz sehr gut. Hallo, liebe Freunde. Sonntagnachmittag. Der Platz ist voll Leute am Fenstreffen in Zockerich. Wahnsinnig, wahnsinnig viele Leute. Man sieht, dass es ein Schuss ist, wie sie bei den Schuss da sind. Wo ist die Beredge? Eine, die sind in der Beredge? Ja, �っぱerst gehen. So ist er eine, die zu den meisten Zeilen. Ja, das ist toll, aber was ist ein, Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist ja! Ich habe einen Ort aus. Ich habe einen Ort aus. Ich habe einen Ort aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.